Wie habt ihr die Temperaturen im Sommer empfunden? Zu heiß, zu kalt? Es waren Zeiten, wo es sehr heiß war und es waren Zeiten, wo man gedacht hat, okay, es passt für die Sommerzeit. Aber manchmal war es wirklich zu heiß. Ich bin lieber für den Kinder. Ich fand es auch zu heiß, vor allem im Vergleich zu vor zehn Jahren war es dann doch viel heißer. Wie war der Sommer für dich? Eher heiß. Ich meine, ich mag den Winter lieber. Es war ein bisschen zu heiß. Viel zu heiß. Also ich fand es ein bisschen heiß, aber es war noch ein Drink. Vorsicht. Es ging.